Ey, ich seh jetzt schon die Kommentare so Oh, du schlingelst du ein Mädchen in der Aufnahme? Ja, moin! Ja, moin! Okay. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen, tollen, super tollen Video. Und ja, ihr fragt euch vielleicht, warum ich diesen Skin hab. Und ihr fragt euch vielleicht, warum niemand dabei ist. Aber das stimmt gar nicht. Es sind welche dabei und die haben auch diesen Skin. Und die kommen jetzt mal auf die Bühne. Ja, ihr seht schon irgendwie, sieht das creepy aus, wenn wir alle den gleichen Skin haben. Das liegt aber daran, dass wir heute den 19.19.2017 haben. Und quasi heute ist wirklich der offizielle oder der richtige Geburtstag vom Mindsuponet-Server, auf dem wir auch gerade drauf sind. Also Party. Und ja, deswegen haben wir anlässlich alle quasi die Tische und Tab-Liste, alle die halt ab Mod haben, alle den Skin von Flo. Und die Supporter und so haben alle den Skin von Abge. Und ja, so haben wir es einfach gesagt als Überraschung. Außerdem wurde auch ein Video hochgeladen. Ihr habt es ja vielleicht auch auf meinem Kanal schon gesehen. Ich habe jetzt meinen Clip auch hochgeladen. Aber es wurde auch ein ganzes Video hochgeladen. Das verlinke ich euch jetzt mal in der Videobeschreibung. Gerne mal ausschicken. Ist richtig cool geworden. Oder wie findet ihr? Habt ihr das auch gesehen beide? Ja, oder? Klar. Also erstmal muss ich euch natürlich nochmal... Ja, moin. Das muss ich euch natürlich vorstellen hier. Das ist die QV. Hallo. Hallo. Du siehst so männlich aus mit dem Skin. Und das ist Vanessa. Und ja, wir spielen heute eine 2x2-Runde. Und ich werde quasi gegen sie beide spielen. Und mein Handy klingelt natürlich super in dem Moment. Erstmal auf lauter stellen. Und ja, Leute. Wir wollten heute mal... Oder ich wollte mal testen, ob... Ob das diese Reihenfolge hier auch richtig so ist. Vanessa, du musst eigentlich höher stehen. Schubs, mach hier irgendwie runter. So vom Tron. So. Ja. Jetzt einmal schlagen und dann fliegt sie weg. Ja. Genau. So. Ob diese Reihenfolge auch gut ist? Sind Frauen stärker als die Männer im Gaming? Ist man als Mädchenfrau trotzdem gut im Gaming? Und deswegen 2, weil ihr halt einfach schlecht seid. Und ich einfach besser. Und deswegen 2 gegen 1. Come on. Na, diese Logik. Da müssen wir auch dran arbeiten. Ich muss ja schziehen. Ja. Wir werden hier mal sehen. Wir sind uns auf jeden Fall in der Runde. Mal gucken. Vielleicht wird es ja ganz lustig. Oh, J.B. Leave. Please. Schnell. Ja. Oh. Ehrenmann. Okay. Warte. Ich mach jetzt an. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Alter. Oh mein Gott. Das ist. Okay, Leute. Kurz. Kurz. Das schneide ich auf jeden Fall rein. Leute. Wir versuchen gerade in die Runde reinzukommen. Und jetzt haben wir es geschafft, einen Hero zu überreden, dass er lieft. Also Grüße gehen auf dich. Auf jeden Fall raus. JP. Tastisch. Ich glaube, du guckst sogar meine Videos. Ähm, ja. Jetzt haben wir es geschafft, in eine Runde reinzukommen. Und Vanessa, beziehungsweise Qubi, waren zu unfähig, in ein Team zu gehen. Ja. Ja. Nein, wir können jetzt nicht zu zweit gegen Qubi spielen. Na, egal, Leute. Wir spielen die Runde jetzt einfach aus Pfand noch zu Ende. Wir sehen uns dann gleich in der richtigen Runde. So, Leute. Wir sind jetzt in der Runde drin. Und nochmal Grüße an Lieblings Whisky, das er auch geliebt hat. Echt nett, dass die... Also ich muss sagen, Heroes, die sind auch echt nett. Viele spammen nicht auf der Silent Lobby und so. Auf jeden Fall Grüße gehen auch an dich raus. Und ja, Leute. Ich habe gar nicht eben erwähnt, dass das hier das offizielle Mindsucht-Texture-Pack ist. Beziehungsweise das ein Jahr Mindsucht-Texture-Pack. Das wurde sogar von Vanessa. Und wem war das nochmal? Vanessa und Kaktus. Vanessa und Kaktus erstellt. Also würde ich mal sagen, Leute, downloadet es euch. Link dazu ist in der Beschreibung. Ähm, sieht auf jeden Fall... Der Sound ist eigentlich ganz cool. Und ja, muss ich sagen, ist akzeptabel so. Also ich habe noch nicht so viel getestet, aber bis jetzt war alles schon ganz okay. Genau. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Äh, schon relativ lang. Alter, ich falle die ganze Zeit beim Baren rum. Was kannst du denn? Ähm, wir haben mehrere Wochen daran gearbeitet, aber halt nicht durchgehend, weil wir jetzt zwischendrin auch unsere Sachen gemacht haben, so aufkommen und so. Das Fadenkreuz fängt schon mehrere Stunden rum. Das finde ich ganz cool. Das sieht eigentlich vom Style her ganz geil aus. Also größtenteils der Soundpack hat eigentlich Kaktus gemacht und ich die besten Texturen. Ähm, die Blocke hat uns aber ein anderer User erstellt. Oh, jetzt haben wir Gold. Und zwar... Spielen wir ohne Gold oder mit Gold? Lassst du ja aussuchen. Keine Block. Ja, dann spielen wir ohne. Oh, ne? Okay. Dann komm mal runter. Oh, du traust dich hoch. Wie viele Blocke glaubst du, habe ich? Ja, das machen wir nicht. Alter, da kommt sie mit zum Full Equip. Was? Ich habe ein 1er Schwert und normale Standardrüstung. Also die Lederrüstung halt. Was macht ihr eigentlich da? Könnt ihr auch irgendwann kommen? Nö. Also du sagst von dir aus... Nein. Kubi, was kannst du eigentlich? Komm her! Was kannst du eigentlich? Kannst du eigentlich überhaupt PvP? Ja, ich habe Hacks drin, Leute. Ihr seht ja die Hacks hier vorne alle auf meinem Bildschirm. Die Hacks sind auf jeden Fall da. Voll und flieg. Baust du mir einfach hier den Weg ab, Alter. Voll die Dreißigkeit hier hochziehen. Kannst du fast spielen, Florex? Ja, ne? Ja, klar. Aber nicht mehr so gut. Leider bin ich da nicht mehr so ganz in der Übe. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Jetzt können wir ausreden. Das übertrifft die Neidigkeit. Annesa, komm doch her. Annesa, was denkst du denn, dass du mich einfach so von oben killen kannst? Ja, als ob du so ein Cobb-Schwitzer bist. Ich bin kein Cobb-Schwitzer. Nee. Na, kleiner, gleich Mitte, Alter. Komm doch her, Vanessa. Ah! Ich bin selber runtergeflogen. Vanessa, bist du auch runter? Nee, du bist nicht runter, oder? Vanessa? Nein, du hast mich runter. Ich dachte, ich bin auch runter. Na. Du kleine Lügnerin. Du kleine Lügnerin. Nein! Vanessa, es ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Ja, bei dir doch schon. Nein! Ich hab's auf dem falschen Slot gehalt. Oh mein Gott. Was denkst du denn, Vanessa, dass du einfach so das Bett abbauen kannst? Kleine Schlinge. Ja, dann kann man noch ein bisschen. Das üben wir nochmal, Vanessa. Was kannst du überhaupt? Leute, das ist schon stressig. Also, ich red's da so ein bisschen cool, aber ich muss sagen, sie sind nicht schlecht. Aber zur Zeit hatte ich jetzt erwartet, also ich hatte entweder erwartet, dass ihr mich direkt rackt, so richtig krass, oder dass ihr es nicht direkt hinkriegt, aber ich erwarte jetzt schon, dass ihr mich zerstört. Ich auch. Richtig eingebildet. Ja, klar. Was denkst du? Floex. Hi. Hi, Floex. Hi. Komm mal her. Willst du runter oder willst du zu Kyuubi? Was? Hä? Wie habt ihr mich denn getroffen? What the fuck? Das ist mir anstumpen. Nein. Oh mein Gott. Nice. Was? Ich dachte jetzt, ihr ist aus, Alter. Und ihr schafft es trotzdem nicht. Ich bin nicht so stolz auf euch. Hä? Als ob du mein Eisen gesnackt hast. Ja, klar. Leute, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben lassen. Dann nehme ich bestimmt mehr mit Kyuubi und so auf. Wenn nicht, dann nicht. Aber nicht mit mir. Ne, Vanessa. Leute, wenn ihr Vanessa mögt. Könnt ihr gerne mal abstimmen hier oben, wen ihr mehr mögt. Vanessa. Nein, ich habe Blocksafe geschafft. Aber du bist trotzdem runtergefallen. Ja, weil ich schon runtergelaufen bin. Das ist natürlich schon deprimierend. Nein. Loex. Oh mein Gott. Kyuubi, was kannst du eigentlich? Oh mein Gott, Kyuubi. Was? Du Aschi. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin auf dem Weg. Wir schubsen einfach heute runter. Ich habe nur eine halbe T-Az. Oh mein Gott. Ihr dürft mir nicht so Angst dachen. Nie wieder. Nie wieder. Oh mein Gott. Fast Block-MLG geschafft, du. Alter. Also Vanessa jetzt. Nicht ich, Leute. Nicht, dass ich so krass bin. Und Block... Okay. Leute, ich habe einmal im Stream so einen richtig krassen Block-MLG geschafft. Da war ich aber auch schon stolz auf mich. Mittlerweile kann ich Block-MLG. Das ist eigentlich relativ... Da war ich schon stolz auf mich. Eigentlich laufen wir runter. Jetzt kommt Kyuubi wieder, oder? Nee. Oh, Kyuubi. Kannst du mal aufhören, auf den oberen Weg zu gehen? Ja, das bin ich, ich. Komm doch her. Oh, da ist das mein Sucht-Logo so. Richtig hart equipen. Und dann... Geht die Brust ab. Hahaha. Okay, Kyuubi, equipt sich jetzt hart, habe ich gehört. Wieso tust du mir das an? Equipst dich einfach richtig hart und greifst mich dann an, oder wie? Das ist dein Plan? Weil du so richtig sozial bist, weißt du? Ach so. Oh, das finde ich echt süß von dir. Wirklich. Schön, dass ich den Block einfach abbauen kann. Wenn ich dann runterschnecke. Kyuubi, nein. Kyuubi, diesmal nicht. Oh mein Gott, Kyuubi. Du hast ein Herz. Vanessa ist eh tot. Oder? Vanessa ist gest... Nein, ich bin nicht tot. Du machst das nicht. Du musst ja den... So schnell kannst du das gar nicht machen. Vanessa kommt schon, es ist nur ein Bett. Ja, ach nee. Und er ist alleine. Er ist fucking. Er ist alleine. Das ist ja das Krasse daran. Ihr kriegt das nicht hin. Kriegt das nicht an, obwohl ich alleine bin. Ja? Aber am Ende rekt mit dich doch noch. Ja, ich weiß. Solange es kein Unentschieden wird, ist alles gut. Unentschieden? Ich spiele ganz bestimmt keine Stunde. Da gehe ich ja so... Vorher... Ähm... Gehe ich dann nach Hause. Wo bist du gerade? Du willst es jetzt nicht wieder... Komm doch her, Vanessa. Sehr gut. Flieg doch! Flieg und Sieg! Nein! Was... Alter, hättest du den Block nicht gedacht. Hättest du den Block irgendwie gemacht. Ja, das wäre schon Knorkel gewesen, muss ich sagen, ja. Nein, ich habe meinen Stock weggeworfen. Stock. Der leuchtet so schön. Kommst du dann wieder von oben, oder wie? Okay, ich komme immer von oben, von vorne und hinten. Also von allen Seiten im Prinzip. Ja, genau. Flieg! Qubi! Ach, ja. Komm doch her! Komm raus! Komm raus! Nein, Qubi, das ist keine Option. Du sie, du sie, du sie! Hier, wo ist er denn? Wer? Der Qubi? Ja? Also ich stehe hier drin und warte auf dich. Oder halt nicht. Nee, du kommst jetzt raus. Kommst du jetzt auch mal her? Vanessa, ich weiß, dass du da hinten bist. Du brauchst gar nicht hier sneaken, Alter. Nein, das war's nicht. Nein, ich hab keine Dings. Nein! Ich hab... Oh mein Gott, ich hab nur ein... Nein! Das... Du hast mir kein Herz gezogen. Das weißt du. Egal, ich hab's ein Eisen. Ja, Applaus. Ahnung, extra... Hi! Nein! Bist du jetzt tot? Vanessa, was kannst du überhaupt? Nix! Was kannst du denn bitte, hä? Nix! Ich habe die Skills, okay? Ich hab heute drei Runden insgesamt gespielt. Und der holt sich Gold. Wir haben ihm gesagt, ohne Gold. Holtest du so. Ja, ich hab' nicht gesagt, dass ich... Gold hole. Aber du bist so goldinsel runter. Qubi, pass mal auf, bleibst du mal ganz kurz in der Base. Ist okay, Qubi, bleib mal kurz in der Base. Und kümmer dich um die ganzen Sachen. Mein Gott, Alter. Qubi. Oh mein Gott. Qubi, Qubi, Qubi. Hi, Qubi. Hello, X. Komm mal her. Genau. Ich bin Qubi. Nein, was? Vanessa? 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 Nein! Nein! Ja, ich wusste, ich hätte das jetzt noch lange ziehen können, aber ich wollte halt jetzt auf Risiko. Und, oh. Alter, Leute, es war, es war, oh mein Gott. Alter, es war, es war wirklich anstrengend. Ihr habt gut gespielt. Sehr, sehr gut. Eine schöne Runde. Es war wirklich eine spannende Runde. Aber ich weiß nicht, wenn ich es jetzt noch weiter so wie gerade gemacht hätte, ich glaube, dann hätte es einfach daraufhin abgehangen, wenn ihr einen Fehler gemacht hättet oder ich einen Fehler gemacht hätte, der hätte dann gewonnen. Also eigentlich relativ ausgeglichen. Okay, ihr wart auf die zweite. Das ist richtig, weil ich nicht da. Ja, also ihr wart auf jeden Fall eine super Person, muss ich sagen. Ihr habt alles gemacht. Also geht mal auf euren Thron, dann verehre ich euch natürlich auch. Geh auf die Knie. Los. Boah, muss er da reinrennen? Oh. Geh weg. Ein wildes. Schreibt mal ein wildes. Geh weg. Wir haben den Thron. Okay, sehr gut. Ey, der muss da weggehen. Ey, ich mache einfach so. Ah, ha, 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 ha. Ihr werdet auch weggeschlagen. Leute, das ist mich ja mitzunehmen. Jetzt geh weg. So schnell. Schnell, Schnell. Ja, sehr gut. Sehr gut. Geh auf die Knie, Schloss. Sehr gut. Geh auf die Knie, Leute. Wenn euch das Video, hat euch das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder so ein Upload, weil ich lade auch die Videos jetzt mittlerweile auf Vidme hoch. Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Checkt auf jeden Fall Qubi und Vanessa im Forum aus und lasst Videos da, wenn ihr sie irgendwo seht oder so. Schaut auf jeden Fall bei mir, bei Twitter, Vidme und so weiter vorbei. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Denkt dran, ich streame jetzt nur noch auf Twitch, twitch.tv. Ja, und ich würde sagen, wir schlagen jetzt weiter uns mit diesem Nudelholz hier oder wie man das nennt, oder Baseballschläger. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht in einem nächsten Video. Schreibt mal rein, ob ihr gerne noch mehr Videos mit Qubi und Vanessa wollt. Und ja, dann, also natürlich auch mit anderen Skins dann, wie gesagt, heute wegen dem Special Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein. Und ciao. 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 Ey, schlag mir immer, wenn ich so, schlag ich mir immer voll das Headset weg. Naja, egal. Bye. 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 Year. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.